Und auf Nummer 3, Förster Goat darf mit rein. Und am 19 zum Nachbericht, zum 1 zu 1 auswärts unentschieden bei Eintracht Frankfurt gestern. Wir fangen an, die Highlights, die sich innerhalb von einer Minute, zwei Minuten abgespielt haben. 68. 0 zu 1 durch Sascha Karlajcic und dann Filip Kostic eine Minute später mit dem 1 zu 1 Endstand. Kommen wir zur Spielanalyse, wo erstmal die Überraschung kam, dass Castro nicht gespielt hat. Koulibaly hat für ihn gespielt. Dadurch haben wir 10 von 11 Spielern richtig getippt in der Startelf. Ja, erste Halbzeit war komplett ausgeglichen, dafür recht auch, ja, recht chancenarm. 0,2 zu 0,2 x Goals am Ende des Tages. Kleinere Chancen von Junis, von Karlajcic. Eine, ja, Halbchance quasi von Silva, die gefährlichste in der Halbzeit. Aber sonst recht unspektakulär, was wirkliche Chancen angeht. Zweite Halbzeit beginnt mit einer dicken Chance von uns. Mafropanus setzt sich da stark durch gegen Hinteregger. Und das Ding darf man dann schon gut und gerne wenigstens mal aufs Tor bringen. Sehr, sehr schade. Dann folgt zwei Minuten später in der 55. das Abseits-Tor von Kostic. Haben wir einen Ticken Glück gehabt. Aber gut, Abseits ist zumindest, wir haben jetzt auch Diskussionen, aber zumindest noch am nächsten eine faktische Entscheidung, von dem er war, mit der Hacke, mit dem Stollen halt, mit dem Abseits gestanden. So, in der zweiten Halbzeit auch ein recht ausgeglichenes Spiel. Beide Seiten wollen wirklich voll in die Offensive. Dadurch wurde es halt manchmal ein bisschen schludrig, ein bisschen ungenau. Und zu allzu vielen Großchancen kam es nun auch nicht. Dann fällt unser 1-0. Top rausgespielt. Kempf hat da, wie schon öfter im ganzen Spiel, auch über die Mitte mal sehr viel Platz gehabt und sehr viel Raum gehabt. Dacht schon, legen doch jetzt links rüber zu Sosa. Der ist komplett frei. Macht er nicht. Er schippt ihn wunderbar nach vorne auf Karlajcic. Der nimmt ihn an, der besprallt ihn fast einen Ticken weit weg von der Brust. Aber da er eben ein 2-Meter-Lachs ist, kommt er mit den Füßen hin. Dann ein bisschen mit Glück, mitgespielt von der Hand, von hinterher. Dass das Ding am Ende des Sackes reingemurmelt ist. Aber, ja, nehmen wir mit das Tor. 12 Kisten in den letzten 23 Spielen bei Karlajcic. Insgesamt ist er jetzt bei 16 Scorern. Hat er in den letzten 6 Spielen in Folge jeweils mindestens einmal genetzt. Richtig krank. Ja, die Freude wäre dann aber halt auch nicht allzu lange. Eine Minute später kopiert. Kostetsch quasi sein 1-0. Nur halt diesmal in regulärer Version. Eiskalt abgeschlossen. 1-1. Was in der Form auch völlig verdient war. Das war ein Unentschieden-Spiel bis dato. 20 Minuten vor Schluss haben wir es dann. Dann haben die Frankfurter doch noch ein bisschen Bock bekommen. Vielleicht als Kritikpunkt für die Frankfurter quasi, wenn sie eben mit Champions League spielen wollen, vielleicht ein bisschen spät. Weil dann kam in der letzten Schlussphase noch so ab der 85. Viel über Kostetsch generell im ganzen Spiel. Kam dann ein Schuss von Ilk Sanka abgefälscht. Kopfball von Jovic. Kopfball von Hinteregger. Ein Schuss von Silva noch in der Nachspielzeit, die dann zum Beispiel Sosa und Koppel entschärfen konnten. Einfach ein Ticken zu spät gewesen, die Frankfurter. Aber natürlich waren es eines Tages dann halt doch näher am 2-1 als wir. Nehmen wir aber einfach wegen einer starken Abwehrleistung generell eine sehr gute Auswärtsleistung bei Frankfurt. Nehmen wir den Punkt dann mehr als gerne mit und sehen den Punkt für uns dann auch als verdient an eben wegen der Leistung. Muss mich korrigieren. Ich hatte irgendwie, keine Ahnung, Auswechslungen waren nicht mein Tag gestern im Stream. Hatte gedacht, dass nämlich Ahamada kam für Kalajic. Das ist nicht der Fall gewesen. Es kam C-C rein. In der Abstimmung hatten damit dann 43% Recht, die auf Unschienen getippt haben. Und wie gesagt, am Ende des Tages auswärts in Frankfurt bei der Highmacht. Nehmen wir den Punkt sehr, sehr gerne mit. Heißt für uns in der Tabelle ein einstelliger Tabellenplatz. Platz 9, wegen besterem Torverhältnis tatsächlich vor Gladbach, die mittlerweile auf Platz 10 zurückgerutscht sind. Die Frankfurter weiter auf Platz 4. Dank auch der BVB-Innenlage gestern Abend natürlich. Aber Leverkusen gewonnen. Die kommen auch ein bisschen näher ran. Also die werden weiterhin ihre schwierigen und entscheidenden Champions League oder vielleicht auch Europa-Wochen haben in nächster Zeit. Wir haben nun 33 Punkte weiter. Ein dicker Abstand in Sachen Abstieg. In Sachen Abstiegsränge. Ein dicker Abstand da nach unten. Und noch einen Punkt Abstand auf Platz 7, wo Union ist aktuell. Aber die spielen heute auch noch. Also tatsächlich wieder weiter in Nähe an Europa. Gibt auch, glaube ich, schon bestimmt die ersten Artikel, die sagen, ja, vielleicht kann man auch oben schielen. Wir schauen einfach mal, was die Saison noch so bringen kann. Dann kommen wir zum Man of the Match. Da dürft ihr natürlich wieder abstimmen im Community-Tab. Letzte Woche hat es, wenig überraschend, eine gute Endung gemacht mit 75% in der Abstimmung. Man of the Match geworden gegen Schalke. Heute gibt es wieder drei Stück zur Abstimmung. Natürlich auch wieder gerne in die Kommentare, unter den Post dann später drunter schreiben. Wenn ihr noch wen anders sehen wollt, außer den drei, die ich jetzt gleich aufstelle, gerne da lassen, die Kommentare. Ich gehe mit Nummer 1 ist Mark Oliver Kempf. Den fand ich top Spiel gemacht. Gestern ist mir besonders aufgefallen. in der sowieso durch und durch soliden Abwehrleistung. Bleiben wir weiterhin bei Abwehrleistung, nämlich Endo, der das Mittelfeld wieder weiterhin eine absolute Bank ist im Mittelfeld. Sehr, sehr wichtig. Und auf Nummer 3, Förstergoat darf mit rein, weil der gefällt mir in den letzten Spielen wirklich gut, muss ich ehrlich zugeben. Und auch gestern war er sehr wichtig. Hat er gute Noten bekommen überall. Einfach physisch und von der Präsenz her sehr wichtig. Weiter nach vorne, wie gesagt, aber gerade in so einem Spiel wie in Frankfurt war er gestern sehr, sehr wichtig für unser Spiel. Womit wir zum Ende hin wieder zu den Tweets of the Match kommen. Und den habe ich mit reingenommen, weil ich ja auch selber ein bisschen reingefällt habe. Hat sich Karasor selbst eingewechselt? Erstens natürlich mein Fail mit Cissé, wo ich dachte, das wäre Armada gewesen, der eingewechselt wurde. Und auch Karasor haben wir im Stream auch nicht mitbekommen. Aber wir waren ja, oder ich war dann wohl scheinbar nicht der Einzige, der es nicht mitbekommen hatte. Dazu auch einfach, keine Ahnung, ein geiles Wort. Weltpokalsieger bis Sieger Punktabknöpfer. Da sehen wir nochmal, wie stark dieser Punkt in Frankfurt war bei dieser Heimmacht. Und der dritte und letzte Tweet, schon ein gutes Gefühl, mal im letzten Saisontrittel keinen Druck mehr zu haben. Keine Ahnung, wann wir das zuletzt hatten. Kann ich mich auch nicht groß daran erinnern. Vermutlich die so oft besagte siebte Platzsaison. Aber trotzdem, das ist auch wieder ganz, ganz großer Unterschied zu dieser Saison und zu dieser Rückrunde damals. Deswegen einfach eine geile Truppe zusammen. 33 Punkte zum aktuellen Stand. Es ist recht sicher, dass wir den Klassenerhalt haben. Mit Möglichkeiten sogar nach oben, ob man die haben will oder nicht. Aber einfach sensationelle Truppe. Von vorne bis hinten auch ein bisschen. Hat jede Woche aufs Neue im Halbzett Interview einfach top. Und mit den schönen Endworten lasse ich euch in den restlichen Sonntag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, gerne Meinungen und so weiter in den Kommentaren. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.